Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Geh, 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 hoch, hoch, hab ich! Gut. Wer ist der Kowalczyk? Ich weiß es gar nicht. Erste Tee soll er gemacht haben. Nummer 20. Aber er muss auch schon über 30 sein. So, jetzt mal eh ein Tor machen, oder was? Zu mal, zu mal, zu mal! Nummer 20. Zwei! Keine Faux. Fick das Ding, Henning. Scheiße! Jetzt hat's dran. Gut. Hey! Hey! Weitergehen! Hey! Nein! Was hab ich nicht? Nein! Was sagt der Frau, der mit dem Blütenhaus zu? Hat sich schon rein geblühten? Da haben wir jetzt da noch mal auf den Schloss. Ich würd' ja nur mal Abschübers gucken. Warte! Wunsch hin! Hier! Hier! In der Woche auch noch mal Touren. Morgen auch noch mal Touren. Auch noch mal Touren. VfB, ne VfB. Ne, toll. Abends schon nicht gut. 1-1. Das geht ja in Regen. Das ist ja auch so Kaffdorf. Wenn ich nach der Frau seine Verwandten vornehme. Dann gehe ich länger. Über Lübeke. Dann muss ich über Diepholz. Und dann komme ich durch Reden. Und dann muss ich hinterreden. Ja, rechts ab Richtung Wagenfeld. Ich muss das fahren. Das kleine Reden. Dann drüben. Und dann drüben. Oh. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann! Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh. Können die denn aufsteigen? Ich bin der Herr Höhe als der VfB. Die zweite Linie, dann die erste. Der Schuss ist schwach. Der Schuss ist schwach. Sturm sind die Hamburg heute. Ah, gut ist es dich. Das sind die zweite und die andere Mannschaft, alle hier, wenn es schlecht wetter ist. Die werden so eins bis dahin gehen, wenn die Straße da hochfährt und dann kommst du ja noch weg. Ja, jetzt ist doch bald 250, oder? Da sind noch ein paar gekommen, da stehen wir jetzt. Das kann man schlecht setzen. Das ist ein Brüchlein, der Kerl. Das ist ein Brüchlein. Das ist ein Brüchlein. Das ist ein Brüchlein. Das ist ein Brüchlein. Das ist ein Brüchlein.